Hey Leute, der Metroid Gamer hier und wir spielen nochmal ein letztes Mal Need for Speed of Pursuit, das hier wird die letzte Aufnahme, ne, die vorletzte Aufnahme, denn ich hab geguckt, es sind wie gesagt noch die 4 Rennen zu fahren, die Art of Driving, Glorious Forth, dann noch irgendein anderes Rennen und halt das letzte Rennen, das ist, glaubt mir, es ist verdammt lang, ich werd nicht sagen wie viel, aber ihr werdet das gleich sehen. Wir fangen an mit diesem Duell hier, so, hm, ja, den Wagen mag ich nicht, den mag ich eher, aber der ist so wesentlich langsamer, dass ich hier gegen keine Chance habe, deswegen muss ich mich überwinden und, ja, sorry, ne, gut, das passt sehr gut, ups, ja, hellblau nehm ich, das geht an Schweppesituation, Multiclever 100, Florian ruled his PC, aber für den kleinen Bruder von Florian ruled his PC, und XX NASCAR CRASH XX, gut, legen wir direkt los, so, ich mach mal so ein bisschen leiser, ja, geht schon mal direkt schnell los, und die richtige Musik, müsste ich das aber schaffen, hoffe ich, ja, die Filmetrie, zieh mal eiskalt hier vorbei, ach, so schlecht riecht der Wagen gar nicht, wobei, das sag ich jetzt. Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich hab schon mal mit einem, ähm, mit einem der Abonnenten das erste Mal online gezockt, es ist nur online halt leider immer das Problem, wenn du gegen, wenn man gegen Personen spielt, die schlechtes Internet haben, oder einen schlechten PC, auf dem das Spiel nicht so gut läuft, die lägen. Und die Person, gegen die ich spielen durfte, äh, ich werd den Namen jetzt nicht nennen, sie wird sich angesprochen fühlen, vielleicht wird sie auch in den Kommentar posten, ähm, die Person hat einen so alten PC, dass das Spiel auf niedrigsten Grafikeinstellungen schon lag, und der Multiplayer erst recht, ich mein, ich hab EMP eingesetzt, und, ähm, er, EMP hat den Gegner anvisiert, wir haben, wo, also, Duell, eins gegen eins, Cop gegen Racer, ich war Cop, und der EMP hat ihn anvisiert, und dann ist er unter dem Boden verschwunden, der Fahrer, mein Gegner, und dann hat der EMP verfehlt. Das ist komisch. Äh, dann hab ich ihn gerammt, bin durch ihn durchgefahren, und bin in die Wand geknallt, Crash. Ha, ha, ha. Wow, 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 ruhig, brauner. Oder silberner. Gelber, so. Shit, danke, dass du längst Auto. Ah, jetzt wird's aber verdammt, eigentlich noch zu kriegen. Ah, bisschen Verspruch hat er. Hm, nicht so dolle. Aber den krieg ich noch. Ja, also, das ist komisch, denn, wie gesagt, der Multiplayerer, ich kann, jetzt werden wahrscheinlich wieder ein Milliardkommentar kommen, und wie ist der Multiplayer-Modus? Kann ich mir das Spiel kaufen? Ja, Leute, äh, ich kann, Alter, ein schlechtes Auto. Ich kann noch nichts zu Multiplayer-Modus sagen, von einem Rennen, das wir abbrechen mussten, weil's einfach überhaupt nicht geklappt hat. Von daher, ähm, ich hab insgesamt, glaub ich, vier oder fünf Freundschaftsanfragen, äh, bekommen, die hab ich auch alle angenommen. Äh, ich hab mal geguckt, einer, da war ich so richtig neidisch, einer meiner Freunde ist sogar, ich geh, bei, äh, Cop auf Stufe 17 und bei Race auf Stufe 19, ne? Man rennt sich ja sonst nix. Aber, so weit werd ich einfach nicht spielen, da hab ich keine Lust drauf. Denn es wird für euch einfach langweilig, für mich. What the fuck. Es wird für euch einfach langweilig, weil ich dann renne, und für mich wird's auch langweilig, weil ich renne dann, äh, 15, 20, wenn ich so dann 30 Mal fahren muss, um letzten Endes Überlaufstube 20 zu sein. Und, äh, ja, oder mir bleibt dann einfach die Möglichkeit, online zu zocken. Aber da nicht immer alle Freunde online sind und ich keinen Bock hab, gewünscht gegen fremde Leute zu zocken, werd ich nur so weit zocken, dass ich alle Autos hab und dann ist dieses Projekt offiziell beendet. Und jetzt sind wir hier mal ganz geschmeidig vorbei. Oh, traumhaft. Nein, 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 du nicht, mein Freund. Scheiße. Boah, ich hasse den Wagen einfach. Der 177 ist dumm. Und schweineteuer. Wer kauft sich überhaupt so ein Auto? Ah, das Auto fährt scheiße. B, es sieht zwar cool aus, ist aber schweineteuer. Komm. Und jetzt müssen wir doch mal hier vorbeiziehen. Dankeschön. Und jetzt muss ich auch mal so ein bisschen was für Vorsprung behalten. Was war das grad wieder? Jetzt grad auch's durch. Ja, jetzt können wir mal richtig schön den Trumpf ausspielen, nämlich die höhere Hilfsgeschwindigkeit. Mehr oder weniger rausspielen. Ja, ich geh voll aus Riesenkorn und fahr die Abkürzung. Hier ist es die blödeste, die blödeste Kurve überhaupt. Wenn man da immer gegen die Kurve knallt. Ich hab's in so vielen Videos auch von anderen gesehen, sind in dieser Kurve immer gegen die Kante geknallt. Das ist doch einfach gemein. Ups. Mann, mir fehlen irgendwie die Waffen. Oh nein, jetzt fängt er wieder an. Ich hab ab und zu mal so kleine Frame-Einbrüche. Und das finde ich... Wow, ist der schnell. Das finde ich gar nicht toll. Wieso ist der so viel schneller? Und du nimmst die Abkürzung natürlich auch. Das wird wieder sauspannend. Ja, der ist aufhören und ist einfach schneller als ich. Wow. Da kann ich nichts machen. Och, Mann, ist das spannend. Wofür muss ich jetzt nicht vonnehmen? Ja, das hat toll geklappt. Jetzt muss ich ein bisschen... den Vorsprung verschaffen. Die Abkürzung muss ich auch nehmen. Hier, nein, hier, das ist die schlimmste Abkürzung aller Zeiten. Fuck, fuck, fuck. Komm, komm, komm. Zieh durch. Darf ich mich jetzt nicht überholen? Das haben wir eiskalt in der Tasche. Oh, oh yeah. The Art of Driving. Bam. Eiskalt gewonnen. Okay. Gut. Ach, ich kann mal gerade die, äh, Fahrer... Au, ah. Die Fahrer von der Liste streichen. Vorfahren. Während das hier da so durchläuft. Ihr könnt euch das ja angucken. Macht ihr ja sowieso. Entschuldigung. So, Schiff legen wir mal da hin. Zwei neue Belohnungen. Neun Wagen halten. Das war mir klar. Ja, endlich. Und mir wurde gesagt, ich glaube, von Bayer-Ultreffekt was. Der heißt eigentlich nicht John, sondern, John. Sonder Kingke, sondern Kingke. Und ich glaube, irgendwie so. Das heißt, so wie wie, wie viel, sehr, 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 sehr. Das heißt, so wie, wie viel, oder so. Ja, mal ja, klar. Die gibt es immer zusammen, Doppelstack. Also, der Kingke, oder Kingke, oder irgendwie so, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Der Ex- und nicht so, oder? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich frage mich so, warum sie dir, warum sie eine NFS-Bisierung davon gemacht haben, aber egal. Wie dann ist das? Wo steht das denn? 12,5 Kilometer. Und sehr viel geradeaus. Oh, Entschuldigung, sehr viel geradeaus. In glorious pastels. Kann ich nur... Ja, okay. Ähm, 25,35. Ja. Hm. Nicht so dolle. Wovon habe ich dann auch noch sehr viel Rot. Soll ich mich überwinden? Ich meine, das ist der Schnellste. Und ich muss ja wirklich sagen... Nee. Dann ne, ich stehe hier. Okay. Äh, was haben wir denn? Blau haben wir noch sehr viel. Also, so ein dunkles Blau haben wir sehr viel von. Äh, wie sieht das aus? Das ist ein schönes Blau, das nehmen wir. Also, das geht an Josef Knarr. Mr. Metroid Gamer. Schon wieder. Äh, Rata war 3748. 4-8, äh, dann haben wir 735 Amir, The Comet Feuerwerk und Shadow Zero 5D. So, ich streche die mal gerade alles mehr durch. Sehr nicht. Und, es geht direkt weiter. Glorious Fourth. Hm, ist das wohl heißen mag? Glamour-Röhme, äh, Glorious, äh, Unreich oder irgend sowas. Und dann Fourth, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Oh, steht in Polizei. Das scheint ein Polizeiwagen. Ja, lol. Wir fangen hier ein Rennen und, ja, das soll mir doch egal sein. Boah, ich liebe diesen Wagen einfach so sehr. Er sieht so geil aus und er fährt sich so superschön. Gleich mal erst mal. Ah, der geht so richtig schön um die Kurve. Das gefällt mir so sehr. Oh, traumhaft. Dieses Gefühl. Und dann die Auspuffendrohre an einer geilen Stelle. Voll in der Mitte, ey. Viertel nachlöchern, wo Flammen rauskommen. Ja, der war lustig, ne? Ne, war er nicht, aber... Irgendwie muss ich das ja hier auch unterhaltsam machen, oder? Hm. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich hätte jetzt richtig Hunger auf einen Tillmanns-Touristen. Don't call it schnitzel. Naja. Ah, traumhaft. Oh, dieses Umgebung. Oh, wow. Riffen der Autos. Wow. Aber der Wagen, ich glaube, das ist ja auch noch ein Produs. Das habe ich noch nicht mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Bei, weiß ich nicht, Motors, Auto, Automotor und Sport oder so. Oder Autobild, da habe ich auch noch nie gesehen. Ach, das Rennen, ach stimmt, das Rennen war ja so kurz, ne? So noch 7 Kilometer. Das ist richtig angenehm, mal so ganz kurzes Rennen zu fahren. Wow. Und was ist denn, dass die schneller sind? Ne. Überhaupt nicht, ne? Wollen wir ein bisschen Gas geben hier, ne? Da ist Kinnacki. Mann. Ja, ich bin immer noch erkältet. Man hört es vielleicht so ein bisschen. Entschuldigung, aber ich wollte jetzt auch aufnehmen und dieses Projekt endlich beenden. Im Hintergrund werden auch gerade Videos hochgeladen, dass Part 43, glaube ich, ist es. Mit dem Titel Lass knacken. Da ist Kinnacki. Und Part 44 ist in der Wartenschleife, glaube ich. Irgendwie so. So, jetzt müssen wir einfach die Geschwindigkeit halten. 40 Bilder pro Sekunde, das ist angenehm. Wow. Ich sollte mich mehr auf die Straße konzentrieren. Einfach die Geschwindigkeit halten, das sind nur noch 3 Kilometer. Komm, da geht aber noch mehr. Kannst du nicht bis 9000 hochgehen? Ne, ne. Ich bräuchte jetzt den Turbo. Aber wir fahren hier einsam und alleine an der Spitze. Ah, nie, ich bin sehr gut. 1,5 Kilometer noch. So, 1 Kilometer bis zum Ziel. Letzte, vorletzte Kurve. Ach man, das nervt mich aber echt. Wow, hätte ich da jetzt einen Crash gemacht. Ich habe mich so aufgeregt. Ja, dann sind wir einfach um, ne. Tschö, wir fahren dann irgendwann. Okay, dann eben nicht. Ich bräuchte es mal vor. Na, hätte sowieso nichts gebracht. Wow. Wir nähern uns unserem Ziel. Es wird spannend. Wo sind das letzte Rennen? Oh, dann habe ich doch noch. Ah. Ah, ja, okay. Hier haben wir jetzt noch die letzten. Ah, so. Letzten meinen. Oh, Kinder. Mein Controller macht überhaupt nicht, dass es es will. Ah, okay. Ähm. Oh, warte, ich muss kurz die Stimme reinigen. So, das hättet ihr euch auch nicht antun wollen. Breaking Point. Moment. Wie kommt mir der Name so bekannt vor? Oh, geil. Hm, soll ich mal gucken. Äh, nee. Ah, braun. Habe ich aber nicht. Okay, ich habe eine Idee. Ich nehme den rot-schwarz. Passt auch gut zu dem Bugatti-Symbol da vorne. Und, weil jetzt wahrscheinlich alle zufrieden sind. Nehme ich. Das rot geht an Mr. Metroid Gamer. The Comet Feuerwerk. Verarschhoch 13 und Tool 676. Und das schwarz geht an Shadow 05D. Der Typ 65. Mr. Can 3 1 1 2. Und XPH 1609. Oh, die müsste ich eigentlich noch ganz schnell von der Liste streichen. Das schaffe ich auch noch. Ah, ja, okay. Jetzt habe ich nur noch zwei... Vier, fünf Fünftchen. Fünf verschiedene Farben, die es berufstellt. Sehr gut. Ach, wir drei Fahrer, oder was? Jo. Ah, der Wagen ist schon geil, ne? Ja, der Grand Sponsor. Wunderbar hübsch und... Wunderbar schnell. Ach, ich habe ja richtig Waffen. Geil. Ich dachte, wie, das ist eines von diesen... Oh, das war ein Schild. Entschuldigung, das ist bezahlbar eine Versicherung. Ich dachte, das ist wieder eins von diesen blöden Renten, wo man einfach nur vor der Polizei fliegen muss und keine Waffen macht. Das wäre sehr suboptimal gewesen. Wow, ruhig, Pauner. Irgendwie Bock hier rauf. Das knackt. Lass sie doch mal in Ruhe. Der kann doch gar nichts dafür. Wow, ruhig. Oh mein Gott, war das knapp. Unfall entkommen. Sicher. Also langsam pisst du mich echt an. Ich zieh ihn einfach mal durch, ne? Sag mal. Ich dich fresse oder was? Könnte ich mal auf, mich zu rammen. Das nervt langsam echt. Damit nicht gleich nochmal los. Nein, du... Sie sind falsch. Ja, dankeschön. Nimm mit, die Scheiße. Nee, wirklich. Okay, ich sichere die nächste Interceptor-Einheit auf dem Straßenrand. Im Straßenrand wohnen. Stehen. Cool. Fährst du mal. Ja. Ich glaube, das hier wird ein verdammt schwieriges Rennen. Weil wir alle drei die gleichen Autos haben und alle drei sauschnell sind. Und dann da wirklich, äh... Ja, es eigentlich an Fakeln liegt. Und da meins gerade wieder angrottig ist. Es ist eigentlich jetzt schon klar, dass ich wieder verlieren werde. Und fast genagelt werde. Geh mal sterben. Vielleicht klappt der Trick. Vielleicht klappt der Trick. Vielleicht bin ich durch die Trafik ja durch. Jawohl, ich bin durch. Sehr gut, es hat geklappt. Es hat funktioniert. Uh, boostet der lange durch. Boah, ich hab mich am Arsch. Das muss jetzt sein. Sorry. Tschö. Ach, du Scheiße. Ich hätte vielleicht die Abgüzung nehmen sollen. So, das wollte ich jetzt schon immer mal ausprobieren. Shit, Heli, komm doch her. Ne, hat ja nicht geklappt. Mir wurde gesagt, man kann auch Helis mit dem EMP anvisieren, aber... Hat irgendwie nichts gebracht. Ah, ist nicht so richtig. Wäre nicht so schlimm. Was war das für ein komisches Geräusch? War das der Motor? Ey, wieso klappt das nicht? 50 Unfälle, Dankeschön. Einer, ja. Ich fasse straßen nicht mehr an, einfach mal. Das bin mir nie knapp. Nicht so ein schlechter Fahrer? Ich weiß es nicht. So. Ein Turbo setze ich jetzt nochmal ein. Fuck. Ja, das war ja so klar. Der Turbo ist weg, ne? Ja, das war klar. Weißt du, was du jetzt davon kriegst? Wird hasse ich jetzt davon. Jetzt kommt der Heli, ne? Ich will dich einmal... Oh, fuck. Ey, Leute. Langfristig ist es nicht mehr lustig. Aber wenigstens soll der andere auch im Crash gehen. Und ich bin immer noch gestern. Ah, lol. Alter. Das Rennen ist echt spannend. Aber macht irgendwie Bock. Also es ist für euch ein bisschen lustig zu gucken, weil ich so oft... Ey, sag mal. Yo, hier geht's über... Ich brauch Nitro. Komm, gib mir Nitro. Ich steh mir Nitro. Im letzter. Ich werde jetzt sowieso Lagerbänder absetzen. Das ist nicht wahr, oder? Halt die Schnauze. Halt es mir noch unter die Nase. Komm. Nein, nicht das Auto. Hier denn bin ich. Dankeschön. Boah, hier werden Millionen verbraben. Benutzig mal als... Ich benutzig mal als... Wieso kommt der dadurch eigentlich nicht? Also lange machst du mein Auto nicht mehr mit. Ja, das hab ich jetzt eigentlich schon verkackt, Sven. Wobei... Nicht die Abkürzung. Ey. Ja. Boah, toll. Ja, das hab ich verkackt. Ja, letzter. Ganz toll. Doch, dritter. Hier konnte man... Ne, man hätte hier auch X nicht halten können. Ja, komm. Ja. Ist mir egal. Schredder. Schredder. Gut. Ja, lass knacken. Jo. Hier geht's wahrscheinlich nur in der Fahrer. Gut. Dann fahren wir das Rennen nochmal. Aber ihr seht mich erst, äh... wenn ich's nur noch so ein, zwei Kilometer zu fahren hab. Moment. Höh? Noch ein neues Rennen? Och so! Ach so, ich hab hier noch sauviele Rennen zu fahren. Aber das wusste ich gar nicht. Oh, ihr seid doch Bastarde. Ja, gut. Okay, aber trotzdem fahr ich das jetzt erstmal. Und dann seht ihr mich gleich, wenn ich das fertig habe. Bis gleich.